So, gleich wird geerntet. 99% Spannend! So, jetzt wird geerntet. Beginnt auch gleich der Regen aufzuhören. Und hier wahrscheinlich auch gleich, jawoll. Komm, wieviel Einheiten trägten die jetzt? 84! Boah! Guck hier! Kind! Kommt gleich was! Da! Holt euch das fette Futter raus! So, haben wir ja auch schon jemanden. Ah ja, guck mal, hier Zacher und... Ach guck mal, das sind fast immer nur Männer. Ach guck mal, hier hat sich jetzt jemand dazu gesellt. Das ist ja schön. Sie 36, er 33, das Kind 5. Ja. Find ich gut. Wir haben auch noch eine Frau, eine Alleinstehende. Hier ist ganz leer das Haus. Wie viele Steine haben wir denn eigentlich? Haben wir genug Steine? Vier... Das ist nicht so... Steine ist ein bisschen Mangelware hier bei uns, ne? Hm. Jetzt hätte ich ja direkt gesagt, hier machen wir gleich die Häuser jetzt zu Steinhäusern. Aber das können wir momentan noch irgendwie vergessen. So, hier haben wir drei Tools drin, das ist auch schon mal gut. Und hier haben wir 21. Ja, das ist gut. Dann sollten wir auch keine Probleme mehr haben. So, 84 Pfeffer, 84... Ich sag jetzt einfach mal Kohleköpfe. Oh, direkt weg der Pfeffer. Wer du hier, oder was? Lancesco, mein Freund. Ich hätte mal 84 Dinger geklaut. Na toll. Der hat geklaut und deswegen ist ein Kind gestorben. Ah. Komm ja, labt euch an dem Futter. Labt euch. Ja. 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 Ja, wenn dann erstmal unsere Produktion von den ganzen Beeren und so wieder langsam zu Potte kommt. hier ich glaube der hat sogar schon was. Genau Beeren und Zwiebeln, dann geht das ja auch wieder voran. Ich glaube das war jetzt erstmal primär wichtig, dass wir da unsere Nahrung wieder aufrüsten. Oh hier sind wir voll. Job Limit ist erreicht. So noch jemand Hunger hier? Gut, sehr gut. Wie viele Bilder haben wir denn? Vier Bilder haben wir. Ja, was bauen wir denn dann als nächstes? Ich würde sagen wir bauen als nächstes dann... Was machen wir? Noch ein Feld? Noch was zum Futtern? Wäre eigentlich nicht schlecht oder? Ich denke mal da sind wir wenigstens auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wo war das hier ne? Wir könnten ja hier so eine Obstplantage könnten wir ja bauen. Das ist Fisch. Ja wir bauen jetzt noch eine Obstplantage. Die ziehen wir jetzt einmal ein Stückchen nach unten. So, machen wir wieder 7x15. So, da muss auch wieder einiges weggemacht werden erst. Aber Eisen ist ja echt mehr als genug vorhanden. Schade, dass wir noch nicht so richtig mit dem Leder hier hinterher kommen. Ich glaube da brauchen wir dann halt ein paar Rinder. So, jetzt haben wir hier 168 Pfeffer. Die Kohlköpfe wurden direkt alle rausgenommen. Jetzt waren die natürlich erstmal ihre Häuser voll. Ach guck mal, der Fisch wird auch hierher geliefert jetzt. Ist hier etwa voll? Ne. Aber jetzt kommt der Fisch von da hier hin. Das verstehe ich jetzt nicht. Das wäre ja nicht normalerweise hier drin gelagert werden. So vom Weg her. Theoretisch. Naja. Das könnte man natürlich... Moment, wo war denn das? Da gab es doch dieses... Hier einen Crease-Pierre, den Crease-Pierre. Hier den Crease-Pierre, den Crease-Pierre, von Wacken-Biegen, dann das so wieder. Aha. Guck mal, dann machen wir jetzt hier nämlich. Ne, geht das überhaupt? Das war ja zu rot. Ich glaube das geht gar nicht da. Da bin ich ja mal gespannt. Guck mal, der hier ist zumindest irgendwo... Ach doch, guck mal, hier. Ja doch, die machen jetzt los hier. Cool. Aber auch nicht alle, oder? Weil sie hier zum Beispiel... Sie geht erstmal da fleißig weiterhacken. Die da auch. Achso, ja, die Männer, die sind hier für's grobe Zustände und die Frauen hacken die Bäume weg. Ah ne, jetzt geht's da auch da hinten, glaube ich. Savannis, was ist da los? Aha. Die, 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 die. Ja, warum hier aber... Ist jetzt schon wieder Winter? Ach. Ey, wir haben grad mal Herbst. Hallo? Kann der nicht schon wieder hier... Das ist ja mal... 63 Pfeffer und... 89, uh... 16 Pfeffer. Oh Gott. Das wird doch schon wieder knapp werden hier alles, oder? Es sei denn natürlich, die haben alle gut gebunkert. Naja, hier... Geht so. Oh, hier ist gleich ne Großfamilie drin, ne? Zwei Kinder da, die sind fleißig. Ach, die Fischer. Aha. Ja, die haben gut gebunkert hier. Aber gut, sie sind ne große Familie. Und unser Feuermann hier, der kommt gar nicht hinterher. Da kann ich aber auch nur einen... Ja, da kann ich nur einen... Nur einen einstellen. Guck, wie schön sie das hier gestapelt haben. Schön säuberlich zu Blöcken. Guck mal, die hacken erst alles klein und dann nimm sie es mit, oder wie? Oder macht das jetzt hier das Kind? Und du bist am Spielen, ja. Jetzt tragen sie es weg. Na gut. Das ist ja Eisen wahrscheinlich, ne? Ja, Firewood ist immer noch low. Unser Schmied hat grad auch nix zu tun. Was brauchen wir denn eigentlich für... Coal? Ach, Kohle, wa? Ist... ist Coal. Kann das sein? Da muss man, glaub ich, aber so'n, 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 äh, Steinbruch machen, ne? Für Kohle. Oder, äh, so'n... Dings hier. Äh, woher ist es denn? Hier ne Mine? Achja, guck mal hier. Eisen und Coal. Aha. Na gut. Können wir später machen. Ähm. Da brauchen wir inwiefern noch nen Weg. Äh, und Wege waren hier. Ja. So, erstmal so. Oh, bin ja mal spannend, was wir denn hier anbauen können. Ach, guck mal, jetzt tragen die sogar schon ein bisschen. Ich könnte ja mal auch anfangen, ne Schule zu bauen, ne? Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Eines... Cool, äh, die könnten wir ja nicht hier mit oben noch hinklatschen. Äh, warte mal, jetzt muss ich grad noch mal gucken. Unser Forrester, wo ist er? Da. Ja doch, die passt noch daneben. Die können wir... Ja, dann bauen wir mal ne Schule. Damit unsere... Unsere Leute mal ein bisschen Bildung genießen können. Und dann somit auch effektiver arbeiten. Achso, die sind jetzt hier am Weg bauen, alles klar. Mein Gott, hier, unsere arme... Wie heißt du? Chimere-Disk kommt gar nicht mehr hinterher. Die sind 36 Jahre, aber guck mal, die ist soweit. Fit wie ein Tonschuh noch. Die gute. So, mal gucken. Ach, guck mal, Pfirsiche. Ach, das ist ja schön. Lecker, lecker. So, dann ziehen wir ein... Ach ne, guck mal, wir haben ja... Oh. So. Äh. Ne. Ne, Moment. Nochmal, so. Und jetzt war das Buch so, oder? Ne.